Das Cervo besteht mittlerweile aus acht Chalets, davon sind zwei Restaurants, das Haupthaus und das Ferdinand und sechs Chalets mit Zimmern. Spannender ist sicher, das Haupthaus ist ein altes Chalet der 40er Jahre. Dort ist die Dresse, die Lounge, das Restaurant, das Hauptrestaurant, das Cervo. Das haben wir wirklich ein bisschen urtümlich gelassen, logisch ein bisschen renoviert, damit es auch zum Gesamtkonzept passt. Da kannst du wirklich ein altes Ferien-Chalet rein, mega heimlich, gemütlich und das ist schon so ein bisschen das Home-Gefühl, wo der Gast wirklich auch sofort sich wohlfühlt und ein bisschen ankommen kann. Die Zimmer sind ein bisschen zeitgenössischer, klar immer noch so ein bisschen in unserem Gesamtkonzept. Der Jagdstil, der Chalet-Stil, aber auch da schnörkerlos, geradlinig interpretiert. Und dann noch sechs Chalets, jetzt natürlich verschiedene Zimmer, wir haben Doppelzimmer bis zur grossen Suite. Spannend ist sicher, dass jeder Chalet hat einen Spa. Du bist durch das natürlich sehr privat, gerade in einem Ski-Hotel. Wir sind da an der Piste, also kannst du wirklich mit der Ski vor der Hütte fahren. Und es ist natürlich ab der Vieren, wo die Leute gerne in einen Spa gehen, ist es natürlich toll, wenn du jede Chalet ein Spa hast. Du bist natürlich sehr privat und es ist auch nicht so ein Getümmel wie sonst. Spannend ist auch, dass du die Chalet als Ganzes mieten kannst. Wenn du ein paar zusammen bist, eine grössere Familie oder ein paar Freunde zusammen, ist es natürlich auch toll, das ganze Chalet zu haben. Du hast eine grosse Master Suite, wo du ein bisschen zusammen sein kannst, get together, ein Aperoné. Und ich finde es natürlich von dem her toll.